Hallo und... Verdächtige Person wurde gemeldet im Stadtzentrum. Jedes Mal. Jedes Mal in der On-Moderation. Kaum funkt der Dienst wieder an, ist sofort wieder irgendein Dieb am Werk. Ich werde euch nicht mehr neutralisieren. Wie kann ich helfen? Unterwegs zum Tatort. Ja. Also das ist ja erledigt. Da brauche ich gar nicht mehr kurz drum kümmern. Verstärkung dringend benötigt. Ach. Verdächtige sind auf der Flucht. Schreiben. Kaumt redewert. Ja. Schön, dass du wieder im Dienst bist. Im Vorstadtbereich. Warnung. Verdächtige sind bewaffnet und gefährlich. Fall gelöst. Was? 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 Bereit. Sitze Patrouille fort. Auf dem Weg zum Tatort. Auf dem Weg zum Tatort. Wie kann ich helfen? Auf dem Weg zum Tatort. Achso, ihr wollt ja eh noch dran vorbei. Achso, ihr wollt ja eh noch dran vorbei. Oh, leider hat du schon. Unterwegs zum Tatort. Das machst du schon. Ja. Hände hoch sofort. Unterwegs zum Revier. Und ihr könnt euch wieder zurück. Verdächtige sind auf der Flucht. Ich bin in der Unterzahl. Sitze Patrouille fort. Der Fall ist abgeschlossen. Wer bist du denn? Ja. Hm, komisch. Ja, wir sind doch immer dabei, dass wir Geld verdienen. Bereit. Wir nehmen da wieder Vorstadt. Verdächtige Person wurde gemeldet. Im Vorstadtbereich. Zu Diensten. Radarfalle installiert. Schauen wir mal kurz, wo wieder die meisten Verbrecher sind. Da herum. Okay. Zu Diensten. Auf dem Weg zum Tatort. Hände hoch sofort. Verdächtige versuchen zu entkommen. Fall gelöst. In Bereitschaft. Unterwegs zum Revier. So. Dann gehen wir wieder zurück. Das wird noch ein guter Tag. Ein guter Tag. Eine gute Schicht. Wir brauchen 3.000 um das Ermittlungsbüro, glaube ich, aufzuwerten. Oder? Brauchen wir mehr? 4.000? Okay, wir brauchen mehr. Wie ist so die Verbrechensquote? Also, es stärkt auf jeden Fall die durchschnittliche Sicherheit schon fast auf 100%. Ich glaube, das lässt sich sehen. Das kann man ruhig so machen. Ja? Und die stellen wir jetzt noch dorthin. Auf dem Weg. Da müsste da herum ist auch sicherer werden. Die fahren leicht versetzt. Auch gut. Zu Diensten. Da läuft ja alles super. Wir brauchen noch viel mehr Geld. Und viel mehr Mitarbeiter. Und viel mehr Angestellte. Und... Kekse. Wir brauchen Kekse. Mit Zuckerguss. Weil wie jeder weiß, Kekse mit Zuckerguss sind einfach cool. Die machen alles besser. So, sonst ist doch eigentlich recht ruhig, oder? Kommt's nur mir so vor. Wie kann ich helfen? Ich möchte... Ja, eigentlich könnt ihr doch... Ihr seid auf Streife. In Bereitschaft. Und ihr seid glaube ich alle, die da seid. Oder? In Bewegung. Jep. Ne? Ja? George King noch. Natürlich. Du kannst... Da unten noch ein wenig herumspazieren. Denn du weißt, was du tust. Bereit. Und ihr... Unterwegs zum Revier. Ja? Ich hab zwar gesagt, ihr fahrt zurück, aber ihr... Zurück zum Hauptquart. Gottverdächtige Person wurde gemeldet. Im Vorstadtbereich. In Bereitschaft. Steigt aus. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Hm... Wie geht's nochmal? Aussteigen? Aussteigen. Bereit. Ach. Das macht man doch nicht. Man findet doch nicht einfach so Bücher an. Oder Mülltonnen. Oder Mülltonnen. Oh, wie interessant denn da die Kollegen. Du solltest eigentlich jetzt da runterfahren, oder? Ne, du fährst da hoch. Wie kann ich helfen? Auf dem Weg zum Tatort. Hände hoch. Verdächtige versuchen zu entkommen. Sitz der Patrouille fort. Sitz der Patrouille fort. Schon erledigt. Verdächtiger Ver... Der Fall ist abgeschlossen. In Bereitschaft. Weiter geht's. Vorstadt. Funktioniert der super. Schöner Porsche. Das ist aber für BMW. Du bist ein schwarzes Auto. Definitiv ein Volvo. Definitiv Passat-Combi. A Plus. Ebenstadt 96%. Okay, und der Rundbezirk, der geht auch noch. Wir haben die 4000. Yes. Endlich. Weiter mit der Story. Hat ja lang genug gedauert. Will ich aufrüsten? Wir wollen. Ja? Achso. Du kannst grad nicht... Zu diensten. Dann macht ihr zwar das. Nehme das Fahrzeug. Hä? Wo... Was? Du... Wohin? Wohin? In Bereitschaft. Ermittler sind unterwegs. Boah, dass der dann einfach so... Einfach so loswand. Das muss doch nicht sein. Wie kann ich helfen? Und du könntest dich eigentlich auch schon auf dem Weg machen. Spurensicherung auf dem Weg. So. Das hätten wir. Logisch. Grotto. Ja? Spurensicherung auf dem Weg. Bereit. Tatort ist gesichert. So. Dann könnt ihr hier auch noch schon wieder optieren. In Bereitschaft. So. Ach, das bist du. Okay. Ich hab grad keine Ahnung, wo die anderen herumrennen. Ach, ist doch egal. Es scheut nicht, wenn da mehr unterwegs sind. Na los. Was ist da passiert? Da ist ein Baum. Da ist sicher eine Katze im Baum. Wem gehört diese Katze? Fragen wir ihr Nachbarn. Hat jemand vielleicht gesehen, wer die Katze auf dem Baum gejagt hat? Warum ist die Katze auf dem Baum? Ist die Katze über diese Straße gegangen? Wie hat sie das unbeschallt überstanden? Wahrscheinlich nur wegen dem Radarbon, der irgendwo steht. Wie kann ich helfen? Du fällst doch ja überhaupt nicht auf. Radarfalle installiert. Mit Handbremse. So. Okay. Das haben wir. Die Spurensicherung hat ihre Ermittlungen erfolgreich beendet. Augenzeugenbefragungen sind erforderlich. Ja. Klar. Dann frag du mal. Ja. Verdächtige Person wurde gemeldet. Im Stadtzentrum. Auf dem Weg zum Startort. Auf dem Weg zum Startort. So, dann gleich noch diese Person. Ja. Jetzt geht sich gerade noch aus. Na los. Augen zurück hier. Ach so. Ja. Verstanden. Wie kann ich helfen? Bestätigt. Wenn nötige dringend Verstärkung. Ja. So. Das ist doch eigentlich erledigt. Ja. Dann kannst du schon wieder auf Streifendinscannen. Ja. Die letzte Frage übernimmt sie. Die Page ist ja super darin. Ja. Die Ermittlung wurde erfolgreich abgeschlossen. Hm. In Bereitschaft. Bereit. Auf dem Weg. Bereit. Auf dem Weg. Bereit. Auf dem Weg zum Startort. Dankeschön. Verdächtige versuchen zu entkommen. Ach. Keine Chance. Oh Manns. Die sind doch top ausgebildet. Verdächtiger in Gewahrsam. In Bereitschaft. Der Fall ist abgeschlossen. Verstanden. Sind unterwegs. Ähm. Wo sind... Gibt da doch noch mehr hergeschickt. Ähm. Bist du das? Bereit. Verstanden. Sind unterwegs. So. Das sollte jetzt auch klappen. Das sollte sogar... ganz dringend klappen. Los. Klopf, klopf. Wer ist da? Och nee, oder? Verdächtige finden und neutralisieren. Bereit. Zu Diensten. Okay, dann machst du... Auf dem Weg. Straßensperre wird errichtet. Ja. Auf dem Weg. Bestätigt. Die Spurensicherung hat ihre Ermittlungen erfolgreich beendet. Augenzeugenbefragungen sind erforderlich. In Bereitschaft. Nehme das Fahrzeug. Verstanden. Na los, bist du das? Nein. Ja. Bestätigt. In Bereitschaft. Bestätigt. Bestätigt. Illegaler Schmuggel entdeckt. Im Stadtzentrum. Ja. Ja. Das musst du schlicht und ergreifend. Nichts. Was ist da los? In Bewegung. Verstanden. Sind unterwegs. Zu Diensten. Nehme das Fahrzeug. Verdächtige sind auf der Flucht. Aha. Auf einmal durch. Zu Diensten. Auf dem Weg. Schnappen. Nein. Das weg. Zielen Sicht. Bereits. Nähern uns dem Verdächtigen. Wir müssen den Fall zu den Akten legen. Was? Ihr habt die durchgekriegt? Ach komm. Zu Diensten. Auf dem Weg. So. Einmal auf die Schnelle. Wie kann ich helfen? Setze Patrouille fort. Ich schaff das. Ich krieg die 100%. Bereits. Auf dem Weg zum Tatort. Verdächtige Person wurde gemeldet. Im Vorstadtbereich. Das ist in der Stufe 2. Ja. Ja. Klasse. Das kannst du locker. Zu Diensten. Ihr folgt mir bitte schon mal. Siegersauber da her. Und baut mir da auch schöne Straßensperre auf. Hände hoch. Verdächtige versuchen zu entkommen. Straßensperre wird errichtet. Verdächtiger. Der Fall ist abgeschlossen. So. Einmal los. Einmal los. Bestätigt. Ja. Du kannst wieder zurück. Unterwegs zum Revier. In Bereitschaft. Wer bist du? Was wollen sie da? Das hier ist ein Tatort. In Bereitschaft. Verstanden. Wie kann ich helfen? Ja. Verstanden. Die Ermittlung wurde erfolgreich abgeschlossen. Auf dem Weg zum Tatort. Ja. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ihr fahrt zurück. Unterwegs zum Revier. Ne. Ihr fahrt schon wieder dorthin. Die Ermittler sind unterwegs. Ja. Einmal dorthin. Auf dem Weg zum Tatort. Einmal dorthin. Auf dem Weg zum Tatort. Auf dem Weg zum Tatort. Tatort ist gesichert. Starte die Ermittlungen. Auf dem Weg zum Tatort. Auf dem Weg zum Tatort. Man kann das Gesetz nicht umgehen. Umgehen. Weil wir gerade nur die Kurven kriegt, gell? Dass es sonst noch hinkommt, wenn es Tina gibt. Bereits. Straßensperre wird errichtet. Ja. Bestätigt. So. Einmal die Fahrzeugkontrolle. Ja. Du fragst nur Passanten. Setze Patrouille fort. Alles gut. Ja. Anstieg von Geschwindigkeitsübertretungen gemeldet. Das kann ja nicht sein. Bereits. Auf dem Weg. Straßensperre wird errichtet. Wie kann ich helfen? Wieso sitzt da niemand drin? Zu diensten. Ach, das war wahrscheinlich du, gell? Nehme das Fahrzeug. Die Spurensicherung hat ihre Ermittlungen erfolgreich beendet. Augenzeugenbefragungen sind erforderlich. Zu diensten. Auf dem Weg. In Bereitschaft. In Beregung. Zu diensten. Zurück zum Hauptquartier. Setze Patrouille fort. Verstärkung dringend benötigt. Ihr fahrt ebenfalls zurück. Unterwegs zum Revier. So. Wo sind Rassereien? Doch hinten. Verfall gelöst. Fahrsam. Also Verkehrsworgen. Setze Patrouille fort. Verstanden. Sind unterwegs. Anstieg von Geschwindigkeitsübertretungen gemeldet. Setze Patrouille fort. Setze Patrouille fort. Okay, ich muss dann einfach viel weiter herumsitzen. Okay. Ich muss dann einfach viel weiter herumsitzen.